Ha, das erste Mal am See. Das ist der Wörthersee hier. Da liegen Boote im See, ne? Ja, und die Sonne scheint. Und Palmen stehen hier. Ist ja schon fast wie im Süden. Und die Leute laufen in Badehosen rum, oder kurz gekleidet hier. Ah ne, das sind die Läufer. Ja. Was seid denn ihr für welche? Warum lauft ihr denn nicht? Wir laufen ja. Wir nehmen noch Unterricht. Ach so, ihr seid kürzere Distanz. Wir haben unseren Hut vergessen. Hut vergessen. Alles klar, Hut ab. Viel Spaß. Viel Spaß, ja auch.